Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 25.11.2021 und unsere Bullen, die jetzt schon von Tag zu Tag immer tiefer ins Wasser reingetrieben werden, die sehen langsam auch ein bisschen aus, hier ist das auch zugleich, also unser DAX hat sich ein ganz gutes Stück nach unten durchgearbeitet, aber wir gucken mal, ja, denn ihr dürft hier jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen Ruhe einkehren, zumindest wenn wir uns auch zurückerinnern, was wir hier eigentlich sehen wollten und was wir besprochen haben. Also, grundsätzlich, wenn ich mich an gestern zurückerinnere, haben wir definitiv gesagt, ohne das Video nochmal angehört zu haben, haben wir definitiv über dieses Vormittagstiefs gesprochen und dass der DAX, wenn er da eben jetzt nicht weiter irgendwie nach unten durchspricht und nicht unter 9,50 zurückmacht und so weiter, dass er da durchaus das Potenzial hätte, hier nach oben auch ein gutes paar Meter einfach laufen zu können halt, einfach in Erholung reinzugehen, das erstmal dabei stehen zu lassen, später nochmal tiefer zu kommen. Das war die Erwartung, grundsätzlich meine Erwartungshaltung für den Mittwoch. Wir hatten aber auch ganz klar gesagt, aufpassen sollte man aber, wenn der jetzt unter 9,50 wieder zurückfällt, wenn er dann auch unter 9,40, 9,20, 9,30, 9,100 drunter, das ist einfach nicht gut und dann sollte er gegebenenfalls, sollte er nochmal auf 8,50 und eben auch hier die 7,80 zurückkommen können, die per se erstmal super Unterstützung war, wie ja auch die 7,15 hier unten. So, es ist die 7,15 nicht ganz geworden, das sieht man beim DAX sehr, sehr, sehr oft. Ich habe das, glaube ich, gestern nicht mit erwähnt, normalerweise erwähne ich das immer, habe es aber wirklich gestern einfach vergessen oder mehr oder weniger auch übersehen, weil ich dachte, das ist ein Niveau hier bei 7,80, der macht das immer wieder, da müssen wir wirklich darauf achten, wenn ihr mal wieder so eine Situation habt, dass er auf ein sehr altes Gap drauf zuläuft, das sieht man so oft, dass er wirklich an dem vorherigen Tief einfach nochmal hochdreht, wo die Leute eigentlich davon ausgehen, da kommt jetzt noch der Gap-Club. Das macht er so oft, das macht er so oft, also das ärgert mich wirklich, dass ich das natürlich noch mit erwähnt habe, das hätte sonst hier noch das kleine i-Tüpfchen draufgesetzt, aber ich denke, wer hier auch vielleicht unserer, wir setzen ja auch immer in die geschriebene Analyse, diese auch unter die YouTube-Kommentare, setze ich immer mit drunter, diese Play-Live-Version, so dass ihr in den Chart hier bei mir reingucken könnt, drinnen rum vorwerken könnt, könnt auch auf Play gucken, könnt sehen, ist denn der Kerzenschluss jetzt unter dem Trigger auch drunter und so weiter und so fort, das Einzige, was man dafür, glaube ich, braucht, ist dieses kostenlose Konto bei TradingView, das kann sich ja jeder anlegen und ja, unser DAX ist drunter gegangen und jetzt einfach hier jetzt erstmal das Pfeilchen abgearbeitet, das ist ja auch gut im Rücklauf schon unterwegs und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, okay, was denn jetzt? Und theoretisch könnte man jetzt sagen, ja, das Zeug hat auf jeden Fall für eine harte Umkehr, aber es wird nicht hinkriegen, weil, nee, das ist ein Thanksgiving-Panel, Amerikaner, was will der DAX so großartig machen? Also nicht, weil die Amerikaner nur den europäischen Handel bestimmen und ohne die Amerikaner nichts läuft, es ist halt einfach mit die größte Nation überhaupt, die hier quasi im Börsenumfeld aktiv ist und wenn da der Fire-Attack ist, machen die meisten Institute einfach auch zu, die machen halt einfach dann Office-Tag, Back-Office-Tag, arbeiten irgendwas auf, machen hier oder was, das sitzt kaum einer irgendwo da am Parkett und überwacht dann Positionen, Kurse und so weiter und deswegen sieht man auch meist im Rest der Welt einfach nichts. Es ist einfach nur Ruhe zur Seite und von daher würde ich jetzt zum, zum, äh, zum, halt, warte, jetzt bin ich durcheinander, doch, es ist Donnerstag, ja. Deswegen würde ich zum Donnerstag erwarten, dass es sich in einer relativ kleinen Range einfach, einfach so zur Seite schiebt. Halt ein bisschen oben, macht ein bisschen unten, macht, man sollte halt bloß wirklich auffassen, dass man nicht jetzt unbedingt versucht, prozyklische Signale zum Traden, zu traden zum Donnerstag, ähm, und da ist einfach jetzt durch den Feiertag eine erhöhte Fehl-Signal-Wahrscheinlichkeit gegeben und ansonsten, ich sag mal, wenn wir hier sagen, ich weiß nicht, zwischen 9,40 und, 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 und 7,40 hin und her pendeln, das wird, dafür hat er ein bisschen zu hoch geschlossen, dass man so eng stecken kann, aber ich glaube, wenn ich mich, wenn ich hier sage, also eigentlich sehe ich nicht viel weiter oben, um 16.000, nee, sollte er so viel schaffen, also ich würde wirklich schon sagen, die Kante oben ist im Bereich zwischen 9,40 und 9,60 und ich könnte mir gut vorstellen, dass er dort auch wirklich bremst und, und, und Tempo wieder rausnimmt und von dort dann auch eintritt, wieder runter geht Richtung der 800, aber auch nicht ganz da jetzt so tief zurückkommt, vielleicht auch bloß so 8,30, sag mal, ich rechne damit, dass wir zwischen 9,60 und 8,30 uns bewegen zum Donnerstag, na, also 9,40, 9,60 oben, die 8,30 auf der Unterseite, das fände ich zwei ganz attraktive Zonen, um da so ein bisschen hin und her zu eiern und würde wirklich erwarten, dass er jetzt zum Donnerstag, zum Freitag einfach zur Seite rausschiebt. Sollte er äußerst dynamisch reinstatten, äußerst dynamisch auf der Oberseite, hätte ich im Bereich um 16,20, 16,30 dann noch drin, ja, aber da will ich auch wirklich richtig Actions sehen, sehen wir die nicht, sehen wir, dass der ruhig ist, denn er wartet nicht zu viel von dem Tag, es ist einfach Börsenfeiertag in den USA, da geht nicht viel, einfach weil die Händler in Deutschland dann halt auch einfach Backoffice machen halt, ne, da ist nicht viel, da passiert nicht viel, da bereitet man sich auch nicht am Vormittag vor, auf das, was die Amerikaner am Nachmittag liefern können, weil jetzt kommt ja nichts, ne, und von daher denke ich, sehen wir früh vielleicht ein kleines Zucken, 9 Uhr, 8 Uhr, vielleicht auch noch ein bisschen so 10,30, 11,30, nochmal eine kleine letzte Zuckung und rechne dann wirklich eher damit, dass es seitwärts läuft, wenn ich mir jetzt hier so den kleinen Durchschnitt anschaue, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da rum oszilliert, die 8,90, ne, wir haben auch bei uns in den Updates von, also das letzte Update, was ich rausgeschickt habe, hier unten irgendwo im Bereich, da habe ich auch gesagt, also ich gehe davon aus, dass wochentief das steht jetzt und er macht hier hoch an die 8,90 und pendelt dann dort einfach rum und bisher ist er dem ganz gut nachgekommen, ich würde das jetzt für den Donnerstag auch so erwarten, ja, oben 9,40, 9,60, da vielleicht nochmal runter Richtung 8,30, dann wieder in die Mitte zurück, das fände ich jetzt am passendsten, okay, Ausnahmen sind natürlich immer da, das heißt, wenn ihr merkt, okay, das passt jetzt, das was ihr macht, passt überhaupt nicht zur Analyse, das passt überhaupt nicht zur Erwartungshaltung, das ist viel mehr Schwung drin, dann vor, also dann sagt nicht, ich trade jetzt dagegen, weil es ist ja Feiertag und so weiter, ne, dann lasst es machen, aber, ja, grundsätzlich würde ich das erwarten, so, jetzt gucken wir noch kurz in den Tagesschart, das ist wieder eine fette rote Kerze gekommen, die hat man an unserem Trigger losgeschnuppert, wir sehen, vom Kerzenkörper hält es sich noch im Beobachtbereich, also, sollten wir zum Donnerstag eine grüne Kerze bekommen, mit einem Kerzensschluss über 16.30, Tagesschluss, dann hätten wir ein Umkehrsignal auf Tagesebene nach oben, dann wäre die Korrektur wahrscheinlich jetzt hier schon wieder beendet und er würde sich dann Freitag, Montag, Dienstag, ähm, deutlich, deutlicher nach oben wieder austoben, ja, das, das sollte man vielleicht erwähnen, weil, hier sind halt auch schon echt lange Lunden unten dran, ähm, ich könnte mir hier einen Doji ganz gut vorstellen, möchte es aber kurz erwähnt haben, dass ihr euch schon mal drauf einstellen könnt, wenn hier jetzt grün ausgekontert werden wird, weil, das ist schon echt eine auffallend lange Lunte hier, ähm, sollte die Kerze jetzt hier ausgekontert werden, würde das ein Umkehrsignal wieder nach oben erstmal geben, im Sinne dieses dann noch aktiven Pfeiles, weil Trigger wurde nicht umgelegt, ja, das ist, das ist aus der Perspektive hier erstmal ganz wichtig noch mit zu erwähnen und sollte der vielleicht sogar ein bisschen negativer tendieren, vielleicht 8.90 schließen, dann bleibt er jetzt erstmal noch in der Korrekturbewegung drin und dann lassen wir das auch erstmal so, aber nur, dass ihr es mal gehört und gesehen habt. Ja, mir kann ich euch gar nicht mitgeben, ja, also das sind oben und unten die beiden Bereiche, wie gesagt, leichte Fehlsignal, äh, oder erhöhte Fehlsignalwahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben jetzt, feiertagsbedingt, ähm, deswegen guckt euch mal die 49, 69 und unten die 8.30 dann ganz genau an, äh, könnt ihr mir vorstellen, dass ihr dort antäuscht und dann wieder zurück zu 98 macht, ne, also das, ich fände es passend. ok, dann würde ich sagen, lassen wir es dabei auch, machen das Video zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelegenen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.